Hast du das gemalt? Ja, das bin ich. Dein Gesicht sieht traurig aus. Kannst du mir was dazu sagen? Es weint. Diese Punkte sind Tränen. Ich möchte heute noch einmal über die Messer mit dir reden. Erzählst du mir von den Messern? Wo hast du sie her? Aus der Schublade. Und woher noch? Erinnerst du dich? Du machst das toll, Emma. Erzähl es mir. Du weißt, du kannst mir alles sagen. Ich habe sie aus der Geschirrspülmaschine genommen. Was für Messer sind das? So glänzende. Große. Ganz schärfe. Und dann? Habe ich sie unter meinem Kissen versteckt? In der Nacht? Aber wozu brauchst du denn Messer unter deinem Kissen? Weil sie mich beschützen müssen, wenn ich schlafe. Und vor wem? Vor Papa. Was tut denn dein Papa? Wenn er zu viel trinkt, tut er der Mama und mir immer weh. Und was wünschst du dir? Ich will mich nicht mehr vor ihm verstecken. Die Mama soll nicht mehr weinen. Ich glaube, es ist viel schöner, ohne ihn zu sein. Häusliche Gewalt ist keine Privatsache. Schau nicht weg. Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt. Kuratorium Sicheres Österreich Ich versuche es euch. Untertitelung des ZDF, 2020